hi und willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft vtb infinity wir werden immer noch angegriffen von irgendwelchen chaoten in der letzten folge haben wir versucht erfolgreicher weise einen ender kopf zu suchen erfolgreich weg wir haben es absolut nicht geschafft es war alles andere als erfolgreichen die sonne schon wieder auf mehr fähig wir kriegen wir nie unseren ender kopf irgendwas macht ihr komische räuche neben mir geräusche neben mir der kürbis auf dem kopf er hat einen kürbis auf dem kopf er ist eine suppe denn suppe ist dufte ja das mit den ender männern klappt nur so semi geil wie ihr hier selber sehen könnt natürlich doof jetzt war wenn ich irgendwas giftige dir laufen passiert mir ständig in diesem spiel wenn man minecraft in real life mit mir vergleichen würde ich wäre sowas von am arsch ich hätte sowas von kein berg grills absolut nicht sterben das könnte ich dann gut aber ich werde sowas von nicht überlebensfähig wenn ich mich so anstelle wie in diesem spiel hier dann bleibe ich dabei sowas von nicht überlebensfähig ich betone es nochmal nicht überlebensfähig ja bis jetzt die frage wo kriege ich verdammte kacke meine dinger her wir drücken mal m da passiert nichts habe j drücken müssen ich spiele kein pvp game fällt mir gerade aus eigentlich irgendwo eine spalte hört sich falsch an ich meinte eine schlucht da ist eine schlucht relativ nah vor uns ich bin hüpfen und schwimmen doch doch auch hüpfen nehmen wir mal zu der spalte und hüpfen zu der schlucht und hüpfen da sind ich bin es nicht hier eine haarspalterei gut aus den endermen endermen komme zu dir ich will dich entern im endeffekt heißt es ja hier müsste irgendwo eine höhle sein alles klar dem kommen wir mal nach ich bin ja quasi genau wenn man es so betrachtet über dem gesicht von diesem vieh die minecraft regeln nummer eins bau dich nie gerade runter mal lieber eins hier also dahinten wo ist dahinten wo ist dahinten ich habe Angst wo ist dahinten ich habe Angst hey komm zurück muss da sein oh der scheiß du spaß wo bist du komm zurück noch nicht fertig mit dir oh ist das nervig er hüpft oben auf der oberörischen Welt ein bisschen rum oh Isa oh Isa komm her ach komm schon kann das nicht sein um meine um euch meine aggressivität zu zeigen symbolisiere ich es mal verdammt so das ist doch keine schlucht das ist ja noch nicht mal ein Berg oder so man der enderman ist wieder weg das nervt mich jetzt so wir haben den haben wir doch so jubi gesucht und dann doch läuft er uns davon er liebt uns einfach nicht er liebt uns nicht er liebt uns nicht er liebt uns einfach nicht so ein Dreck nochmal Mann da ist er komm her komm her komm her Junge du geh weg du geh weg verdammt muss er hin Creeper du geh weg sag mal wollt ihr mich verarschen ist hier ein Creepernest oder was finde ich nicht so cool ich will den Mann in schwarz haben komm her Junge komm her so Krebser nach endermänner wo ist er hin komm her du hast mir jetzt gerade noch gefehlt wo ist er es kann nicht sein dass der schon wieder weg ist oh geladene Zeitbusquartz sehr cool wo bist du alter wo bist du komm zeig dich zeig dich ey leck mich fett ach fuck jetzt habe ich da welche verloren was ein Dreck alter wirklich Alter hör doch mal auf dich jedes Mal oh fuck ich habe kein Leben mehr fällt mir gerade auf oh 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 mein Ernst so eine Kacke alles klar fürs nächste Mal wenn ich mich wieder mit dem Ender prügeln will Rüstung ist ja einfach mal so maximal beschränkt wirklich zum Kotzen wirklich Entschuldigung ich habe einen Schluck auf Entschuldigung jetzt war ich gerade verwirrt klatscht er mich einfach um als wäre das leichteste der Welt für ihn wäre mich um zu klatschen ach jetzt sind wir eigentlich so ein Stück an diesen gottverdammten Ender Schädel vorbei oder an der Ender Perle mit Augen zu machen sogar Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann da ist noch ein Loch vielleicht finde ich noch ein Enderman 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 er hat mich geboxt er hat mich geboxt er hat mich geboxt er hat mich geboxt er hat mich getroffen weil ich bin tot fremd sich nicht ist aber trotzdem cool klar wir machen mal j tot löschen brauchen wir nicht auf der Karte ja ja schön jetzt ist der Enderman schon wieder weg es kriegt die Krise ey wirklich das Spiel treibt mich fast schon in die Weißglut auch eine schöne Redensart in die Weißglut treiben hört sich das denn bitte damals hört sich das denn überhaupt generell ich überlege die ganze Zeit auch wie haben sich Leute also überlege ich öfter mal wenn man langweilig ist ziemlich oft überlege ich mal wie sind Leute auf Sprich ähm Sprichwörter Sprichworte Sprichworte gekommen Sprichwörter wie sind Leute auf sowas gekommen so jemanden zur Weißglut treiben kann man jemanden noch zur Schwarzglut treiben oder ist Weißglut Weißglut nur genommen worden weil die Weißglut am heißesten ist man weiß ey wenn mich jemand zur Weißglut treibt bin ich auch mehr als nur auf 180 dann bin ich auf 204 kann er gut möglich sein wann ist da ein NPC drauf steht auf mir narkotisch schon ja das ist das größte Dorf hier war das ein Schmied drin hab ich den Schmied schon gelootet looten und leveln das muss drin sein in dem Spiel öde öde Grafik gute Story für mich noch ein guter Deal er sagt ja schnöde Story schlechte Grafik so sagt er das ja für ihn noch ein guter Deal looten und leveln hier war ich anscheinend schon sehr gut auf der Jagd nach Endermannas 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 irgendeiner von euch ohhhh cool 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 tut mir jetzt leider voll leid für dich also jetzt echt glücklich weil du bist die Person die ich brauche Endermannas Endermannas du kommst hier nicht mehr raus Neu Neu Wichtiger ähh Pilze weichern immer noch j so wir laufen jetzt hier durch ich hab irgendwie das Gefühl in diesem Biom in diesen mystischen Biom so dass man da die Endermannas besser kriegen kann wäre auch schön überhaupt einen zu kriegen looten und leveln ich nehm auch nen Baum boom kicke wat wat du ne kicke und dit is boom ach ne ich muss erst mal sagen was dit is scheiße dit is dit hat Blätter boom oh ooooh ooooh okay juli hyuk ich hatte heute Arbeit ich musste heute arbeiten lustigerweise musst du heute wirklich mal arbeiten ähm jetzt bin ich ein bisschen müde ich muss gleich Boubou machen gehen muss ich mein morgen ist samstag heute samstag überlegen das ist ein hund ich habe knochen das ist ein hund und ich habe knochen folgst du mir jetzt hey du quatschkopf müsste mir doch jetzt eigentlich ist mein hund der folgt mir ich bin happy, ich bin happy 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 so lucky nimm das ich habe jetzt zwei hunde ich hab jetzt mal auf endermänner, ich habe zwei hunde ja wer was von mir will ich habe zwei hunde nicht zwei hundern, sondern zwei hunde endermänner, ich komme zu dir und klatsch dich weg ich hoffe es funktioniert ansonsten ist es doof ja komm ran Junge, komm ran, ich hole dich kaputt ich versuch's zumindest, Junge Jungfrau wo ist er, wo ist er, komm her wo ist er, komm her ich kenne das nur so, dass die endermänner immer einmal zu einem zurückgekommen sind, was soll der scheiß das ist mal im ernst ich kann doch hier nicht durch die weltgeschichte hopsen und hoffen, dass der mich, dass der bock hat mich auch mal anzugreifen die sind verkackte spiel, ey, an manchen tagen wünschte ich mir echt, ich würde andere spiele spielen wo ist er jetzt wo ist er jetzt oh nein, ich hab mich tötet, nice und keinen kopf bekommen, verdammt ach meno ich mach mal hier vorsichtshalber einen hin und da kann ich mich jetzt erstmal kurz ausruhen und Levels tanken aber ich hab ja hier dieses nette Herz bekommen Herz an Herz schrei ich ab zum nächsten Endermann so schnell wie ihr können hat sich nicht gereimt kein interessiert ist mir auch egal, wer sich beschwert kann, gerne umschalten wär aber cool, bleibt ihr hier ganz bei mir hat sich sogar gereimt, ich soll zu Rapper werden nämlich MC Schwabbelbacke MC Plauzenbert mit denen will ich mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich anlegen aber die haben Flaggen ich will ne Flagge sehr gut, Hunde oh, Zombie, Alter dich kann ich mir jetzt gar nicht gebrauchen hab ich nen Kopf? nein verdammt ganz gut hab ich nen Kopf? nein verdammt 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 ist wenn die mich einmal angreifen, bin ich instant down also da hab ich nicht sonderlich viel mit Spracherecht hab ich das Gefühl die lassen doch nicht ganz so gut mit sich reden deswegen geben wir t slash home home Hunde 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 blablabla wow so willst du noch nen Knochen? wir machen das auch ohne Knochen wo ist der andere? ich hatte zwei ach da das kennt ihr noch äh hier hund 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 wie heißen die nochmal? scheiße cat dog cat dog cat dog hießen sie kennt ihr die noch? sah grad genau so aus hehehe ach cat dog das war auch echt ne serie hier guten alten cat dog so wir essen jetzt was hunde kommt da mit drin oder was? wo sind die hunde 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 wo sind meine wauwows ich wollte die neben mein bett setzen jetzt kommt mal hier rein gut muss ich mich jetzt auf einmal rum klonen an diesem scheiß pop-up schutz wird mein bart immer statisch aufgeladen und stellt sich so blub wie bei soltberg auf krass halt klar ähm ich würd spontan sagen warte schon wieder mit der folge ich hoffe das hat euch gefallen wie ich mit endermänner kämpfe und verliere ähm wir nennen die folge der kampf um den ewigen verlust ne das muss ich mir aufsparen für eine andere wir nennen die folge einfach keine ahnung weiß ich noch nicht müssen wir gucken wenn ich wirklich so nennen die folge das wäre auch noch lustig ich bedanke mich fürs zuschauen ihr wisst ja wie das mit dem abos und sonstiges funktioniert schreibt mir die kommentare auf euch gefallen hat oder nicht wenn es nicht gefallen hat wäre es sehr produktiv wenn ihr mir reinschreibt warum es nicht gefallen hat doch tollen vergessen sonst ist doof ähm ja ich bedanke mich wenn ihr ein bisschen geschaut habt dafür zuschauen würde ich sagen cheerio bitches